Ja, okay, noch eine Idee? B? Nein. Sorry, sorry. Biodiversitätskrise. Was ist das? Biodiversitätskrise. Warst du noch nicht in der Grünen Schule? Nein, was ist die Grüne Schule? Die Grüne Schule ist im Botanischen Garten der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Und dort kannst du dein Wissen zur Natur und Wissenschaft erweitern und eine faszinierende Pflanzenwelt entdecken. Lass uns doch mal da hingehen, das hört sich voll cool an. Jetzt? Ja, warum nicht? Ich würde bestimmt mal Spaß machen. Was ist die Grüne Schule und was kann man hier alles machen? Also die Grüne Schule ist ein Lernort für Schulklassen im Prinzip. Das heißt, hier kommen jeden Tag andere Schulklassen her. Unser Unterrichtsthema ist Botanik oder sind Pflanzen. Und was du hier machen kannst in der Grünen Schule, das hängt davon ab, was deine Lehrerin oder dein Lehrer für einen Kurs bucht. Und da haben wir ganz unterschiedliche. Zum Beispiel kann man hier Schokolade machen. Also es geht dann um die Schokoladenpflanze natürlich, die Kakaopflanze. Oder du kannst untersuchen, wie fleischfressende Pflanzen ihre Nahrung bekommen. Oder du kannst auch dich selbst hier zu einem Kurs anmelden, also ohne Klasse kommen. Und da kannst du im Prinzip das ganze Jahr über Gemüse hier anbauen und ein bisschen experimentieren, unter welchen Bedingungen das Gemüse am besten wächst. Also ganz unterschiedliche Sachen, die man hier machen kann. Aber alles dreht sich um Pflanzen. Wir wollen Kinder und Jugendliche für Pflanzen begeistern. Weil Pflanzen eigentlich nicht das ist, oder wo sich viele Kinder und Jugendliche nicht so viel begeistern. Tiere sind meist spannender. Aber wir brauchen einfach Pflanzen zum Leben. Und es gibt so viele spannende Pflanzen. Und diese Begeisterung, die wir selbst haben, da wollen wir ein bisschen von abgeben. Ah, das ist echt voll schön. Ich hab's. Das Wort ist Gloroklasten. Okay, warm ist heute so gut. Krass, Mann. Krass, Mann.